High Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Elektroautos sind in fünf Jahren bestimmt viel besser als heute. Wenn ich mir heute eins kaufe, kriege ich das in ein paar Jahren überhaupt noch los? Wer in diesen Zeiten ein Auto kaufen will, der hat es wirklich nicht leicht. Wegen des Tripmangels müssen viele ein halbes Jahr, manche Leute sogar ein ganzes Jahr auf ihr neues Auto warten. Manchmal müssen sie ein anderes Auto nehmen oder ein Auto mit einer anderen Ausstattung, als sie eigentlich geplant hatten, weil es bestimmte Teile einfach nicht gibt. Vor allem aber müssen die Autokäufer heute eine Grundsatzentscheidung fällen. Verbrenner oder Elektroauto? Wenn man sich jetzt dieser Frage nicht aus Umweltsicht nähert, sondern mal einfach nur an die Kosten denkt, dann rückt da ein ganz wichtiger Aspekt in den Mittelpunkt und das ist der sogenannte Restwert. Also der Wert, den ein Auto noch hat, wenn man es wieder verkaufen will. Jedes Auto verliert pro Monat hunderte Euro an Wert, manche sogar fast tausend Euro. Dieser Wertverlust ist, wenn man das Auto wirtschaftlich betrachtet, wahrscheinlich sogar die wichtigste Größe. Dumm ist nur, heute weiß keiner so recht, wie schnell Elektroautos an Wert verlieren, was da am Ende noch übrig ist in ein paar Jahren. Trotzdem hilft es aber, sich mit diesem Restwert mal zu befassen, die Faktoren zu kennen, die ihn beeinflussen und darum dreht es sich in dieser Folge von High Voltage. Und am Ende, so viel kann ich Ihnen versprechen, habe ich auch eine Strategie für all diejenigen, die sich jetzt ein Auto zulegen wollen, aber unbedingt vermeiden wollen, dass sie damit wirtschaftlich auf die Nase fallen. Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass vollelektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde geschaffen im Zeitgeist. Schön, kraftvoll, 100% elektrisch für alle, die Autos leidenschaftlich lieben. A new impulse for a new generation. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Eben habe ich auf einer Website, die die Preise von Gebrauchtwagen ausrechnet, mal nachgesehen, was ein VW ID.3, dieses Elektroauto von VW, wert wäre, wenn ich es vor einem Jahr gekauft hätte. Was ich heute als Gebrauchtwagen dafür noch bekommen würde. Das Auto kostet neu 35.000 Euro. Jetzt wäre es laut dieser Website noch 22.000 Euro wert. Das sind 36% weniger nach einem Jahr. 13.000 Euro futsch in nur einem Jahr. Ich habe einen ähnlich großen Tesla Model 3 auf der Seite mal eingegeben. Und da muss man von einem Neupreis von 10.000 Euro mehr ausgehen. Heute wäre er dann noch 37.000 Euro wert. Das wäre ein Wertverlust von 22%. Autos verlieren dramatisch schnell einen Wert. Manche schneller als die anderen. Das sieht man an diesem Vergleich von ID.3 und Model 3. Der Wertverlust, den gibt es bei allen Antriebsarten. Egal ob Elektro, Benzin oder Diesel. Das ist auch überhaupt kein neues Phänomen. Trotzdem aber haben viele Autobesitzer dieses Thema so gut wie nicht auf dem Schirm. Bei den Kosten fürs Autofahren denken viele Menschen als erstes an die Spritkosten und als nächstes dann an Wartungen, Reparaturen oder Versicherungen. Das wirklich teuerste an einem Auto haben viele dabei aber nicht im Blick, den Wertverlust. Das, was ein Auto Monat für Monat an Wert verliert, ist laut ADAC aber der größte Kostenposten. Ein Beispiel dazu? Der günstigste VW Golf kostet rund 28.000 Euro. Und wie der ADAC berechnet hat, kostet dieser Golf einen durchschnittlichen Kunden 620 Euro im Monat. 320 Euro davon entfallen auf den Wertverlust. Nach einem Jahr ist ein neues Auto etwa ein Viertel weniger wert. Nach drei Jahren ist es noch die Hälfte wert. Und danach sinkt der Wert dann immer um gut 5% pro Jahr. Wie gesagt, die Sache mit dem Wertverlust ist nichts Neues. Seit vielen Jahren kann man in den Kostenberechnungen zum Beispiel beim ADAC nachlesen, wie viel Geld den Autofahrern hier durch die Finger rennt. Allerdings sind zwei neue Faktoren ins Spiel gekommen, die es früher nicht gab. Das ist zum einen die Corona-Krise und zum anderen das Elektroauto. In diesem Jahr sind in Deutschland ungefähr 2,2 Millionen Autos verkauft worden. Vor Corona lag dieser Wert für die ersten zehn Monate des Jahres bei ungefähr drei Millionen Fahrzeugen. Der Markt ist also rund um ein Drittel eingebrochen. Das liegt nicht an der mangelnden Nachfrage, sondern das liegt daran, dass die Hersteller nicht liefern können. Ihnen fehlen Teile für die Elektroautos und häufig eben die viel erwähnten Computerchips. Die Menschen brauchen aber Autos und deswegen wenden sich jetzt viele dem Gebrauchtwagenmarkt zu. Der ist richtiggehend leergefegt. Dementsprechend können die Verkäufer natürlich höhere Preise einfordern. Dem Verkäufern von Benzinern und Dieseln hilft das sehr. Sie bekamen zu Jahresbeginn noch ungefähr 55 Prozent des Listenpreises durchschnittlich für einen drei Jahre alten Benziner. Jetzt sind es schon 58 Prozent. Beim Diesel liegen die Werte etwas niedriger, aber den Anstieg sieht man genauso. So weit, so gut. Die Nachfrage ist höher. Das führt zu höheren Preisen. Die Marktwirtschaft funktioniert an dieser Stelle. Aber komplett unverständlich ist die Entwicklung bei den Elektroautos. Sie sind auch absolut gefragt. Ihr Verkauf boomt in Deutschland. Viele Käufer müssen lange auf ihr neues Elektroauto warten. Die Fahrzeuge sind wirklich begehrt. Auch die Elektroautoproduktion leidet unter dem Chimp-Mangel. Also müssten sich ja eigentlich auch viele Menschen auf dem Gebrauchtwagenmarkt umsehen und statt eines neuen Elektroautos dann ein gebrauchtes kaufen. Tatsächlich aber scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Die Restwerte von Elektroautos sinken spürbar seit Anfang des Jahres und liegen jetzt deutlich unter der Restwertentwicklung der Verbrenner. Viele Autohändler berichten, dass sie große Schwierigkeiten haben, gebrauchte Elektroautos loszuwerden. Was ist da los? Es ist die staatliche Elektroautoförderung, diese Kaufprämie, die es hier gibt, die bis zu 9.000 Euro betragen kann, die den Markt hier komplett durcheinander bringt. Wegen dieser Prämie rechnet sich der Kauf von gebrauchten Elektroautos oft einfach nicht. 850.000 Menschen haben bis Oktober schon die Prämie für ein neues Elektroauto kassiert und viele von denen hätten sich wahrscheinlich ein gebrauchtes Elektroauto gekauft, wenn es diese hohe Prämie nicht gäbe. Diese Kaufprämie führt zum Teil zu wirklich irren Situationen. Es gab zum Beispiel den Fall des reinelektrischen Smart EQ, den man zumindest zwischenzeitlich für 39 Euro leasen konnte als Gewerbe. Nach 18 Monaten konnte man das Auto dann zurückgeben und bekam nochmal 1.000 Euro obendrauf. So haben die Kunden, die das gemacht haben, für 18 Monate nicht nur rechnerisch ein Elektroauto kostenlos bekommen, ihnen blieb am Ende sogar noch ein schönes Taschengeld übrig. So was ist nur möglich, weil es diese großen Kaufprämien gibt. In diesem Umfeld haben es Elektroautos natürlich schwer. Und bei ihnen kommt noch dazu, dass man als Käufer überhaupt nicht genau weiß, was man da bekommt. Man kauft ein Stück weit die Katze im Sack. Denn keiner kann heute wirklich zuverlässig sagen, wie gut ein gebrauchtes Elektroauto in Zukunft noch sein wird. Ich habe Matthias Vogt, den Elektroauto-Experten des ADAC, gefragt, wie sich seiner Meinung nach die Restwerte von Elektroautos entwickeln werden. Ja, das ist in der Tat eine recht spannende Frage. Und generell ist natürlich die Restwertentwicklung schon immer ein Blick in die Glaskugel gewesen. Das gilt für Elektroautos genauso wie für die anderen. Und letztlich hängt das von diversen Faktoren ab. Wenn wir mal betrachten, für einen stabilen Restwert bei Elektroautos spricht, dass der Trend eigentlich recht klar in Richtung Elektromobilität geht und somit zukünftig auch gebrauchte Elektroautos gefragt sein dürften. Auch die aktuell hohe Förderung könnte ein Grund für den Kauf sein. Sollte die denn irgendwann reduziert werden oder entfallen, kann es sich positiv auf den Restwert auswirken. Auf der anderen Seite ist aber die technologische Entwicklung aktuell noch sehr schnelllebig. Es kommen immer mehr attraktive E-Autos auf den Markt, die Reichweiten werden größer und die Schnellladetechnologie verbessert sich weiter. Dadurch greifen Käufer tendenziell lieber zu einem Neufahrzeug als zu einem gebrauchten. Welcher letztlich dieser Faktoren am Ende überwiegt, hängt dann auch noch vom Fahrzeugmodell ab. Dort gibt es natürlich, wie heute auch schon, begehrtere Modelle oder auch Modelle, die vielleicht nicht den ganz guten Ruf haben. Ja, viele Kunden haben also völlig zu Recht Bedenken, was die Entwicklung der Technologie von Elektroautos angeht und wie sich das dann auf den Restwert auswirkt. So schnell, wie sich die Technik von Elektroautos entwickelt und insbesondere die der Batterien, kann natürlich ein Elektroauto in fünf Jahren theoretisch schon total veraltet sein. Vor allem die Reichweite und die Ladefähigkeit, denke ich, sind hier ein ganz großes Thema, wie es auch der Herr Vogt gesagt hat. Denn zunehmend erwarten die Fahrer auch, dass man Elektroautos schnell laden kann. Hat ein Auto jetzt keine Schnellladefähigkeit, mit der man es in unter einer Stunde auf 80 Prozent laden kann, dann ist es in einigen Jahren vielleicht kaum noch verkäuflich. Und abgesehen von der technischen Entwicklung stellt sich die Frage des Verschleißes. Denn es könnte ja sein, dass die Batterie so schnell altert, dass dann die Reichweite absolut nicht mehr ausreichend ist und man kaum noch Geld für das Elektroauto bekommt. Auch die Software, das Betriebssystem des Autos ist ein Thema. Gute Hersteller werden mit der Software, mit Software-Updates, die Autos aktuell halten und sie auch warten. Aber wenn ein Hersteller hier nicht am Ball bleibt und keine Updates mehr liefern sollte oder nur zu selten, dann könnte das sich auch sehr negativ auf den Restwert der Autos auswirken. Verbraucher kennen das vom Smartphone oder vom Computer. Wenn es dann irgendwann keine Updates mehr für die Geräte gibt, dann findet sich auch bei Ebay dann kaum noch ein Käufer. Viele Autokäufer sehen diese Themen sehr gut und lassen deshalb derzeit noch die Finger von gebrauchten Elektroautos. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, was heißt das für all jene, die sich heute überlegen, sich jetzt ein neues Elektroauto zuzulegen? Sollten sie es lieber nicht wagen, weil die Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt in einigen Jahren vielleicht noch genauso schwierig ist wie heute, vielleicht auch noch viel dramatischer, werden Hunderttausende von Elektroautos dann bei den Händlern rumstehen, die technisch irgendwie veraltet sind, die teilweise kaputt sind mit Batterien, die nur noch 50 Prozent Kapazität haben, die auch gerne dann mal abbrennen. Aus technischer Sicht, denke ich, droht hier keine allzu große Gefahr. Die Elektroautos, die schon seit etlichen Jahren am Markt sind, beweisen eigentlich tagtäglich, dass die Akkus doch sehr lange durchhalten. Und deswegen geben die Hersteller auch eine Garantie von acht Jahren in der Regel für diese Akkus. Und man kann dann innerhalb dieser Garantie Hunderttausend Kilometer, mehrere Hunderttausend Kilometer bei einem Hersteller sogar eine Million Kilometer weit fahren. Auch wenn die Autobauer, die Autos, das denke ich, mit der Software möglichst aktuell halten, sie würden wahrscheinlich nicht wagen, allein schon wegen ihres Images, aber auch weil sie teilweise dazu verpflichtet sind, hier nachlässig zu sein. Professor Bratzl, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, beobachtet die Strategien der Autohersteller ganz genau. Ich habe ihn gefragt, was die Hersteller tun, um die Restwerte von gebrauchten Elektrofahrzeugen möglichst hoch zu halten. Es gibt verschiedene Maßnahmen, was man als Hersteller machen kann, um die Restwerte recht stabil zu halten. Natürlich eine starke Marke ist immer eine wichtige Basis für eine hohe Restwertstabilität. Aber zu einem Standard wird sicherlich in den nächsten Jahren die sogenannten Over-the-Air-Updates werden, dass man eben ähnlich wie beim Handy das Fahrzeug durch weitere Applikationen möglichst aktuell hält. Das kann sich auch positiv eben auf Batterien, Batteriestabilität, Batteriereichweite auswirken, wenn man hier eben eine neue Software dann eben auch für das Batteriemanagement einführt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Ideen, die der ein oder andere eben hat. Hier müssen die Automobilhersteller auch flexibler werden, wenn etwa das Fahrzeug dann eben einsetzen, etwa für Sharing-Flocken als ein Beispiel. Oder dann, wenn die Batterien mal 200, 300.000 Kilometer gefahren sind, dass man die irgendwann dann eben auch in einem Second-Life-Zyklus einsetzt. Eben die Batterien, wenn die nur noch eine Restkapazität von 60 Prozent etwa haben, dass man die dann als stationäre Speicher einsetzt. Also hier kann man sicherlich noch einiges tun, damit die Fahrzeuge wertstabiler werden. Aber wichtig ist natürlich, dass dieser Verzerrungsmechanismus durch die Förderung schrittweise reduziert wird. Den technischen Fortschritt bei den Autos kann niemand voraussehen und folglich kann eigentlich auch niemand wirklich wissen, ob Elektroautos mit dem Stand von 2021 auch 2025 noch attraktiv sind. Und es weiß niemand, wie es mit der Förderung der Elektroautos weitergeht. Je mehr diese Prämie vielleicht abgeschmolzen wird, da gibt es ja entsprechende Pläne in der Politik und teilweise auch bei den Autoherstellern. Umso attraktiver dürften dann gebrauchte Elektroautos wieder werden. Außerdem ist noch überhaupt nicht klar, wie künftig überprüft werden könnte, in welchem technischen Zustand diese gebrauchten Elektroautos eigentlich sind. Der TÜV arbeitet hier an bestimmten Prüfmethoden, vor allem natürlich für die Batterie und die Elektronik, die dann zeigen sollen, wie fit ein gebrauchtes E-Auto ist. Der TÜV Süd zum Beispiel plant dann so eine Art Batteriepass, die dann dem nächsten Käufer Auskunft über den Zustand der Batterie gibt. Es gibt auch einige Start-ups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Eines aus Österreich zum Beispiel, das bietet so ein kleines Kästchen an, das man dann dem Besitzer des Elektroautos schickt. Der schließt das ans Auto an, fährt eine Weile damit herum. Dann nimmt dieses Kästchen eben Fahrdaten, elektronische Daten aus dem Fahrzeug auf. Dann wird das Kästchen zurückgeschickt an den Anbieter. Der liest das aus und erstellt auf der Basis dieser Daten dann so ein Zertifikat, das eben was über den Zustand der Batterie aussagen soll. Aber das steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen. Und die großen Prüforganisationen wie TÜV oder DEKRA sind hier noch nicht mit irgendwelchen Lösungen am Markt. Es gibt also noch ziemlich große Unsicherheiten, was den künftigen Wert von gebrauchten Elektroautos angeht. Was bedeutet das für jemanden, der sich heute mit dem Gedanken trägt, ein Elektroauto zu kaufen? Kann der wirklich zuverlässig abschätzen, ob er dieses Auto auch 2025 oder 2028 noch zu einem passablen Preis wieder loswerden würde? Wer ein Elektroauto heute kauft und es im Prinzip bis zur Schrottreife fahren will, der hat aus meiner Sicht ein recht kleines Risiko. Denn wenn das Auto frühzeitig kaputt gehen sollte, wird der Hersteller aufgrund der Garantie hier wahrscheinlich dafür haften. Aber für alle anderen, die nach ein paar Jahren das Auto wieder loswerden wollen, gibt es ein echtes Risiko, dass man nicht kleinreden darf. Was also tun? Lieber ein Verbrennerauto kaufen. So einfach ist es leider nicht. Denn auch die Restwerte von Verbrennern sind ziemlich unklar. Wenn die Klimaschutzpolitik die Auflagen für Verbrenner immer strenger macht, wenn vielleicht noch die CO2-Steuern erhöht werden bei den Verbrennern, wenn immer mehr Städte die Verbrenner verbannen, weil sie die Luftqualität verbessern wollen oder auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, dann könnten bald auch die Gebrauchtwagenpreise von Benzinern und Dieseln gewaltig unter Druck geraten. Denn eins ist sowieso sicher, das ist eine sterbende Technologie. In zehn Jahren werden wahrscheinlich nur noch sehr wenige Menschen einen Verbrenner kaufen. Und ob sich eine Technologie, die so offensichtlich ein Verfallsdatum trägt, überhaupt noch in Zukunft gut verkaufen wird, ist natürlich fraglich. Wenn also auch die Verbrenner keine sichere Variante sind, was bleibt dann? Für alle Elektroauto-Interessierten, die bei den Kosten auf keinen Fall ins Risiko gehen wollen, würde ich empfehlen, jetzt ein Elektroauto nicht zu kaufen, sondern es zu leasen oder ein Auto-Abo abzuschließen. Gute Elektroautos mittlerer Größe kann man heute schon für um die 200 Euro im Monat leasen. Günstige kleine E-Autos gibt es schon für um die 100 Euro, manchmal sogar knapp darunter. Wer so ein Auto dann liest, bekommt auch die volle Elektroauto-Prämie und kann damit dann in der Regel die Anzahlung, die fällig wird, bevor man das Auto bekommt, bestreiten und hat dann nur noch die Monatsraten, die dann eben fällig sind. Wenn die Leasingzeit vorbei ist, gibt er das Auto einfach zurück. Es müssen aber mindestens 24 Monate sein, um die Umweltprämie zu bekommen. Aber ich kann dann das Auto einfach an den Hersteller zurückgeben und der trägt das Restwertrisiko oder eben der Händler, dem er das Auto verkauft hat. So kann man ohne größeres Risiko mal ein Elektroauto auch kennenlernen, kann herausfinden, worauf es bei einem solchen Auto überhaupt ankommt und kann dann vielleicht die nächste Kaufentscheidung viel informierter treffen. Wer heute so einen Leasingvertrag abschließt, der könnte sich dann vielleicht in zwei Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, auch nach einem gebrauchten Elektroauto umsehen. Denn spätestens dann müsste es eigentlich ein sehr großes Angebot an gebrauchten E-Autos geben. Viele davon werden technisch bestimmt in einem ganz ordentlichen Zustand sein. Und nach heutigem Stand dürfte es dann auch immer noch eine Umweltprämie für die gebrauchten E-Autos geben. Wer so mit dieser Strategie vorgeht, für den würde sich ja erst in fünf oder zehn Jahren dann die Frage stellen, ob er sich ein neues Elektroauto kaufen will. Dann ist die Technik weiter fortgeschritten, dann kennen wir uns alle viel besser mit dieser Technik aus und die Kaufentscheidung wird dann wahrscheinlich viel sicherer. Allerdings, die Kaufprämie für Elektroautos gibt es dann wahrscheinlich nicht mehr. Denn wenn der Staat auch 2030 noch Milliarden für die Umweltprämie aufwenden muss, damit viele Menschen ein Elektroauto kaufen, dann wäre irgendetwas falsch gelaufen. Das war es für heute mit High Voltage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid, Johann Lensing und Florian Högerle. Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Reine Vernunft wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Willkommen in einer neuen Welt des vollelektrischen Autofahns. Mit einem schönen, kraftvollen, rennsportlich inspirierten Auto. Gebaut um 100% elektrisch zu fahren. Der neue Cupra Born. Danach kehrt niemand mehr ins Gestern zurück. Mehr auf cupra-official.de slash born. Google. Ben Foxx areras. Geräusche ist lau. G Bis zum nächsten Mal.